Hallo und willkommen zurück zu Avernum 2. Wir sind hier weiter in den sogenannten Coffin Caves und schauen uns hier weiter um. Da möchte ich natürlich irgendwo irgendwie drauf kommen, aber keine Ahnung wie das funktionieren soll. Mal schauen. Da haben wir erstmal ein paar undote Greater Shades. Aua. Schmerzen. Gucken wir mal, ob wir die hier so mit etwas Glück platt bekommen. 20% sieht nicht danach aus. So riesig viel aushalten tun wir nicht. Da holen wir mal die Treffsicherheit. Der hat gesessen. Naja, die gehen. Aber da gehört schon ein bisschen Glück zu, dass die da nicht im falschen Moment böse kritten oder jetzt vorbeiziehen. Ziehen wir den wieder zurück. Schön. Stark sind die auf jeden Fall. Und viel weniger an Headbands dürfte ich auch nicht haben. Mist. Haben wir noch einen? Ne, doch. Aua. 101 überlebt. Schön. Da läuft es auch die ganze Zeit auf Messerschneide. Jetzt scheinen alle durch zu sein. Puh. Da war aber nichts. Aha. Ach, der wäre auch noch ein Schalter gewesen. Ach, der wäre auch noch ein Schalter gewesen. Ich glaube da werde ich später Wobei ich kann natürlich jetzt auch einfach mal rumprobieren Push the button Push the wheel, turn the wheel Wheel, button, lever Wheel, lever, button Da kann ich notfalls auch mal einfach alle Kombinationen durchprobieren Lade ich lieber mal, bevor ich da jetzt irgendeinen Unsinn angerichtet habe Wäre natürlich praktisch Aber vielleicht finden wir ja in der Siedlung irgendwie eine Anleitung Wie diese Schriftrollen zu lesen sind, die ich gefunden habe Ja, da sind noch mehr von denen Faded Autsch Leben Ich war trotzdem lieber sicher Autsch Autsch Solange der nicht krittet, geht's Wenn er krittet, ist er tot Der trifft nicht Autsch 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 ... Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Der hält eine Menge aus im Vergleich zu denen, die ich vorher gesehen hatte, aber scheint nicht stärker zu sein. Was sehr glücklich ist. Vielen Dank. Zischel. So, Razordisc. Mitnehmen. Da haben wir wieder so eine halbe Rolle. Drakeskin Bracers. Plus 1% Chance auszuweichen. Plus 6% Armor. 5% weniger Trefferchance. Das ist natürlich doof, aber... Ja, das ist ja... Okay, da haben wir noch was. Papyrus, Papyrus. Piercing. A Crystal. So. Oder muss das jemand anschauen, der Arcane Lore hat? Aber das wäre ein bisschen blöd. Zu komplikant to be picked. Okay. Dann... Hatten wir hier irgendwas bei den Statuen? Da ist niemand. Das war mal eine ganz Neuheit. Oh, der Bock. Mach何? Mhhh... WTF? Long have I waited, who are you? Mmm. Hmm. Das war's. Lidra Bock 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 Das war's für heute. Die hab ich ja. Hatten wir sonst noch was? Das war's für heute. Na, das hatten wir alles jetzt schon. Okay, der nächste bitte. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Dann werden wir das erstmal verlassen und vielleicht kann ich irgendwo lernen, das zu lesen. Gucken wir uns erst noch den Rest hier an. In dem Spiel bin ich schon dahin gelaufen, oder? Ich gucke besser nochmal nach. Ähm, ja, dann machen wir hier die mal. Oozcrawler. Mh, scheinen jetzt nicht die stärksten zu sein. Ne, das lohnt nicht. Machen wir mal den Resten haste. Das ist egal. Ganz ohne sind die nicht. Lesen wir mal. Schön. Batsch, Batsch, der hat gesessen. Ratsch, den aufgeweckt. Treffen wir jetzt dort an. Mh, hm, hm, hm. Ratsch, Ratsch. Ratsch, Ratsch. Den angekleeft, aber auch sehr schön. Oh, der war nicht so gut. Zisch. Terrified. Und exekutiert. So, einmal hallen. Und fertig. Hier ist ansonsten auch nichts. Da hinten bin ich jetzt. Bin ich da drin gewesen? Na ja. Gucken wir mal da rein. Ich bin da drin. 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 Da unten war aber wieder eine Einwegstraße, oder? Ach nee, da kommt man auch noch. Ja. Ja, das hatte ich ja vorher schon mal. Wollen wir jetzt nicht mehr lesen. Da sollten wir hin und uns segnen lassen. Äh, nicht segnen, was auch immer. Aha. Nur einer darf durch und muss die Tests bestehen. Dann lade ich erst noch mal, bevor ich mir diesen Fluch einfange, speichere ich hier mal richtig ab. Äh, nehmen wir das hier. Jawohl. Und. Ja. Ja, wenn das noch einer machen darf. Würde ich fast sagen, dass er das machen muss. Kann er ja später wieder zurückgeben. Weil die würden dem dabei jetzt dann helfen. Zurück aus. Können wir jetzt zurück? Okay. Okay. Es ist auch mal interessant nur mit einem rumzulaufen. Da kommt man nicht durch. Da hinten ist eine Falle und hier ist eine Tür. Aber wenn er eine Runde slowly übersprungen wird, sieht es da schon sehr kritisch aus. Gut, dass ich den allen Heilung gegeben habe. Shit. Noch einer. Ah, scheiße. Gut. Zack, zack, zack. Das wäre die Alternative gewesen. Hm. Gühle. Guck mal nicht in einem Zug rüber. Dann kommt mal her. Das Moving Slowly ist halt sehr übel. Guck mal. 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 Bisher schlägt er sich ganz gut. Jetzt kommen wir nicht hier rüber. Na ok. Rattling Bones. Jetzt sehe ich die stärksten. Level up und damit wieder gereckt. Stärke und Hardiness. Blademaster. Backslap können wir nochmal verbessern. Nochmal 5%. Oder Good Health. 5% sind da jetzt auch schon nicht wenig. Multi-Blows in allgemein 3%. Machen wir Backstep weiter. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Aua! Da hinter ist noch einer Da ist noch einer Da bleibt jetzt nur noch der eine Pfad übrig Da ist noch einer ouch Ich glaube, das habe ich noch gar nicht gesehen hier, wenn man komplett stirbt. Quicksalve! Da ist nichts, oder wie? Das sind alles Skeletons. Okay, gehen wir hier hin. Oh, das ist gut so. Das ist ein cooles Skeletten. Ratsch! Ratsch! Der Typ, der geht schon ziemlich ab. Ratsch! Geht in die gleiche Höhle rüber. Ratsch! Ratsch! Der hätte ich mich anders bewegen müssen. So, einmal heilen. Die blockieren jetzt dem anderen auf jeden Fall den Weg. So! Der nächste bitte. Ich glaube, mit dem Magier würde das nicht so gut funktionieren. Batsch. 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 Okay. Wieder eine Trank, eine Schriftrolle. Was er natürlich nicht mitgenommen hat, war eine Mana Potion. Das war vielleicht nicht so clever. Aber gut, es scheint jetzt auch hier dem Ende entgegen zu gehen. Und da kann man anscheinend wahrscheinlich auch wieder rasten. Was auch immer das jetzt gemacht hat. Ach, hier das frei. Alter Falter. Ja gut, ich kann aber theoretisch auch wieder zurücklatschen. Und mir da was abholen. Aber die da oben, die kann ich natürlich jetzt auch erst noch machen. Aber wahrscheinlich nicht so clever, beide Türen zu öffnen. Naja, auch egal. Der läuft jetzt. Okay. Macht aber nichts. Geh mal ein Tier hin. Ich bin das. Ich bin das. Komm her. Ich kann uns nach dem Weg zurück. Obtäusche die andere. Ich bin das. 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 Aber ich bin das. Lalalala Der hat gesessen Na, wenn der da so hoch trifft, dann sieht's schlecht aus So Das ist der aber auch am Ende Gold Necklace Naja Blessed Boots Naja Ist eigentlich Kappes Und wir haben hier noch eine Tür Curing Stealshield Das kann der Magier eventuell tragen Achso So, da oben dieses Dingern kann ich trinken Magical Energy Energy is restored Okay, dann können wir Mal heilen So Das ist halt schon noch eine Ecke Na, ist egal Die mach ich jetzt da unten So, dann kommt mal her Gui Zombie Oh Gott, damit müsste man sich ja auch noch Entgiften Ich glaub, jetzt ist er tot Das könnte dann etwas zu viel des Guten sein Das sind hier alles Alles Gui-Sombies Ich glaube, jetzt ist er Da komme ich nicht gegen an. Da kann aber der Magier einfach alles wegpusten. Machen wir mal fliegen und wechseln. Ich kann außerdem einmal Päden hier machen. So. Oh, die kann ja aber nicht mit dem A.E. Da sind ja Immungegen. Aber es sollte... Aber die kann sich nicht heilen. Dann ist das vielleicht doch nicht so die beste Idee mit ihr. Ehm... Hmmmm.... Ja, das funktioniert nicht Die Beschworen haben viel zu wenig Da würde die einfach wegsterben Eventuell Der da Das Problem ist, dass das Gift wahrscheinlich Hier noch einen stärkeren Effekt hat Weil der weniger Schaden insgesamt macht Und deshalb der Kampf noch länger pro Gegner hinziehen würde Aber dafür kriegt er auch wesentlich weniger Gift ab Na, das funktioniert nicht gut Die kommen nicht So Oh Na, verdammt Oh Oh Ach 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 Naja, da funktioniert die ganz gut Ja, ne Nee Die kriegt einfach von dem Gift nicht so viel ab Die kriegt einfach von dem Gift nicht so viel ab Die anderen beiden machen nichts Dann ziehen wir den aber trotzdem hier rüber Wobei die natürlich hier mit ihren 68% Treffsicherheit auch noch recht gut dabei ist Ah, verdammter Mist Ach, scheiß, hätte ich einmal sparen können Der andere kommt nicht nach Oh oh Ah, das kommt schon Sauber heilen Und dann ist es auch jetzt Zeit für den Schnitt Bis zum nächsten Mal